So Moira, komm, wir müssen los. Hör jetzt auf. Spiel. Alter, komm jetzt. Ich geh jetzt alleine, komm. Nass. Ich will nicht. Wir spielen jetzt ein Lied. Das war ein Unfall. Mir hat voll den Arsch getreten, die Krüder. Heute geht's an den Zirkuswagen ran. Dann machen wir Alarm. Feuer. Let's go. Hallo. Kommst du näher zu mir? Komm ich näher. Bin ich verstärkt. Bin ich alt und schwach. Meine Beine sind so groß geworden. Das ist Rock'n'Roll. Das ist Rock'n'Roll. Wisst ihr woher das kommt? Wenn man nämlich zu länge röcke trägt, dann packt man sich hin und dann rollt man. Das Röhrer hat da vorne schon alles ganz sauber. Es sind keine Blätter mehr. Ja, ich habe gefegt. Gefegt hat sie. Gefegt hat sie. Gefegt. Wir haben ein neues Adventsvideo für euch. Ein Türchen. Heute. Wir öffnen ein Türchen. Und wir sind draußen. Es ist kalt. Und wenn es kalt ist, dann muss man zittern. Und wenn einem richtig kalt ist, dann lässt man die Erde nämlich mitzittern. Und dann bewegt alle. Und darum lassen wir die jetzt beben. Boah! Boah! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ups! Das ist wohl einfach so passieren. Nichts, wofür man sich geniert. Nein, nix doch nicht. Ups! Ich könnte grinsen bis zum Anschlag, mach mir selber einen Antrag, was für'n Tag. Nur die Dinge, wie sie kommen, bin da unvoreingenommen, alles wird besser, denn je, das ist meine Philosophie. Das hat man nicht gegeben, sowas nennt man Leben und ich bin mittendrin in der Soße und sie schämen. Ich lass die Erde wehen, da nicht zum Wut drauf, ich hab nur dieses Leben und ich seh gut aus. Ich lass komplett die Regen und setz nen Hut auf. Ich blende ein, Müll aus, schneute eins und rauf, weg damit. Ja, Mann, in der Frühling und der Sommer, bist du meine Nummer, nimm sie schon. Willst du etwas Energie, leg deinen Kopf auf mein Knie, spürst du die Schwingungen, ich stell keine Bedingungen. Ups! Ich glaube, heute ist alles möglich, ich bin unersetzlich und Christi, wenn ich sowas an in der Stimmung gesündet habe, ich lass die Erde wehen, denn ich bin gut drauf. Ich hab nur dieses Leben und ich seh gut aus, sich das Konfetti regnet und setz nen Hut auf. Oh, 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 oh Und wir haben nicht gefragt, ob wir hier Lärm machen dürfen. Naja, vielleicht kriegen wir ja noch eine Mark. Tschüss, bis morgen. Bis morgen.